Du bist ja ein niedliches, kleines Kätzchen. Miau. Was ist das? Wo bin ich? Lauf. Bring dich schnell in Sicherheit, ja. Miau. Das bedeutet also, dass wir beide gegeneinander kämpfen müssen. Kannst du mir vorher verraten, warum ich überhaupt hier bin? Und wieso bin ich eigentlich noch am Leben? Ich hab dich noch nie gesehen. Und warum war diese kleine Katze so unglaublich niedlich? Ich hab keinen Schimmer, was hier los ist. Aber wenn du dich unbedingt gegen mich stellen willst, hab ich keine Wahl, als dich hier und jetzt zu vernichten. Ich hab dich noch nie gesehen.